Musik Willkommen in der Vulkaneifel. Einem Ort, an dem die Natur seit jeher Großes vollbringt. Vor vielen Jahrtausenden von Jahren wüteten hier über 300 mächtige Vulkane. Auch wenn sie schon lange nicht mehr aktiv sind, die feuerspeienden Berge haben ihre Spuren hinterlassen. Doch dieser Ort ist nicht nur für seine Vulkane bekannt. Tief unter der Erdoberfläche versteckt sich ein wahres Wunder der Natur. Der Schatz der Vulkaneifel. Und davon erzählt unsere Geschichte. Am Himmel über der Vulkaneifel hingen schwere, graue Wolken und die Regentropfen prasselten nur so auf die Erde. Wer an diesem Sonntag nicht patschnass werden wollte, der blieb am besten zu Hause. Jakob und seine kleine Schwester Anna saßen im Haus und waren traurig. Sie hatten sich doch so gefreut, im Garten verstecken zu spielen. Aber daran war bei diesem Schmuddelwetter nicht zu denken. Mir ist so langweilig, sagte Jakob. Blöder Regen, warum kann ich immer die Sonne scheinen, sagte Anna. Als ihre Mutter das hörte, fiel ihr eine Geschichte ein. Kommt, Kinder. Ich erzähle euch etwas Spannendes über den Regen. Über den Regen? Jakob klang nicht gerade begeistert. Aber Anna spitzte neugierig die Ohren. Sie liebte es, wenn ihre Mutter eine Geschichte erzählte. Hoch über den Wolken, begann sie, lebten einmal zwei kleine Tropfen, Bruder und Schwester, genau wie ihr. Die beiden waren einfach unzertrennlich und wenn es mal stürmisch wurde, so blieb Brudertropfen ganz dicht bei seiner Schwester, damit sie nicht hinunterplumpste. Eines Tages liefen sie der weisen Wolke über den Weg. Alle nannten sie so, weil sie so viel wusste. Sie erzählte den Geschwistern von der geheimnisvollen Quelle. Ein magischer Ort, tief unter der Erde, voller glücklicher Tropfen. Das machte die beiden Geschwister neugierig. Die beiden Tropfen fassten den Entschluss, die geheimnisvolle Quelle zu suchen und nahmen all ihren Mut zusammen. Auf drei geht's los. Eins, zwei und drei. Doch was war das? Eine starke Windbühe trieb die beiden auseinander. Platsch! Schwestertropfen landete irgendwo im Gras. Weit von ihr entfernt wurde Brudertropfen von einem Blatt aufgefangen. Hastig sah er sich um, doch er konnte sie nicht entdecken. Da fing er an zu rufen, aber auch das half nicht. Wo war sie nur? Seine Schwester hörte ihn nicht, doch eine Schnecke wurde auf den kleinen Tropfen aufmerksam. Gemächlich kroch sie aus ihrem Häuschen und streckte die Fühler nach ihm aus. Dann murmelte sie im Schneckentempo. Hm, du suchst deine Schwester? Ja, wir waren auf dem Weg zur geheimnisvollen Quelle. Weißt du, wie ich dort hinkomme? Die Schnecke überlegte eine halbe Ewigkeit und fuhr dann fort. Hm, erst einmal hinein in die Erde und dann immer geradeaus. Der Tropfen ließ sich vom Blatt fallen. Durch einen winzigen Spalt im Boden rutschte der Tropfen in die Erde. Hier war es so stockfinster, als hätte jemand das Licht ausgeknipst. Plötzlich ein Rascheln, dann ein Gähnen. Es war ein Maulwurf, der gerade aus seinem Mittagsschlaf erwachte. Ist das hier die geheimnisvolle Quelle? Wollte der Tropfen wissen. Da fing der Maulwurf an zu kichern. Hihi, nein, nein. Um zur Quelle zu gelangen, musst du noch viel tiefer hinab. Weißt du, mein kleiner Freund? Du musst dir unsere Erde vorstellen wie eine Zwiebel. Hihi, ähnlich wie die Zwiebel mit ihren vielen Schalen hat auch die Erde verschiedene Schichten. Die erste ist am Mutterboden. Neben den Wurzeln von Blumen, Büschen und Bäumen findest du hier viele Tiere. So wie mich zum Beispiel. Hihi, die zweite Schicht ist Dolomitgestein. Es ist sehr hart und du musst dir kleine Spalten suchen, um in den mineralreichen Dolomitischen Kalk zu kommen. Du wirst hier die eine oder andere Überraschung erleben. Tja, und dann, in ungefähr 200 Meter Tiefe, erreichst du auch schon die vierte Schicht, in der die geheimnisvolle Quelle liegt, den roten Sandstein. Vielen Dank oder auf Wiedersehen, sprach der Tropfen. Da kicherte der Maulwurf noch einmal, denn Maulwürfe, so müsst ihr wissen, können so gut wie gar nichts sehen. Für den Tropfen ging es also weiter hinab in die Erde, tiefer und tiefer, bis ihm ein großer Stein begegnete. Hast du meine Schwester gesehen? fragte der Tropfen. Oh ja, sie war auf dem Weg zur Quelle, brummelte er felsenfest überzeugt. Der Tropfen freute sich und wollte gleich weiter. Doch der Stein hatte etwas dagegen. Warte, so voller Erde wie du bist, kommst du da nicht rein. Da ließ der Tropfen sich abschrubben, bis er so sauber war wie noch nie zuvor. Was für ein erfrischendes Gefühl war das, freute er sich und der große Stein freute sich mit ihm. Der kleine Tropfen fühlte sich jetzt wirklich glänzend und lief munter weiter. Doch plötzlich ein Kribbeln, erst an seinen Füßen, dann an seinem Bauch, schließlich am ganzen Körper. Hey, was macht ihr da? gluckste er. Eine Gruppe von Steinen hatte sich um ihn versammelt und bepustete ihn mit winzigen Bläschen. Das ist Kohlensäure aus dem Erdinnern, sagte einer. Die macht dich fit und fröhlich. Und genau so war es. Der Tropfen sprudelte vor Energie. Das Abenteuer konnte weitergehen. Da blitzte etwas Helles vor ihm auf. Willkommen in der Schatzkammer der Vulkaneifel, begrüßten ihn zwei Steinriesen. Hier gibt es die edelsten Steine weit und breit. Jedes Mineral heißt anders. Verleiht dir besondere Kräfte, also hereinspaziert. Als der kleine Tropfen die Schatzkammer betrat, staunte er nicht schlecht. Die ganze Höhle war voll mit den buntesten und schönsten Mineralien. Begeistert fing er an, die glitzernden Steine aufzusammeln. Und sofort merkte er, wie er kräftiger wurde. Er war jetzt kein gewöhnlicher Regentropfen mehr, sondern ein echter Supertropfen. Sauber, sprudelnd und stark. Vor lauter Begeisterung merkte der Tropfen nicht, dass er der geheimnisvollen Quelle nun ganz nah war. Da riss ihn eine bekannte Stimme aus seinen Gedanken. Bruder, Bruder! Da war die Quelle, wo hunderte von edelfunkelnden Tropfen ein großes Wiedersehen feierten. Und da stand seine Schwester. Auch sie war jetzt ein Supertropfen. Er lief so schnell zu ihr, wie er konnte und drückte sie ganz fest an sich. Ich lass dich nie wieder allein. Nun, da sie ihr Ziel erreicht hatten, war der Moment gekommen, eine neue Reise anzutreten. Achtung, es geht los, rief einer der Tropfen und die anderen jubelten. Dann blubberte es wie verrückt und eine unsichtbare Kraft zog sie wieder nach oben. Was passiert jetzt mit all den Tropfen? fragte Anna ganz gespannt. Ihr Abenteuer geht nun weiter, antwortete die Mutter. In einer kleinen Stadt namens Gerolstein werden die Tropfen wieder nach oben befördert und direkt an ihrer Quelle in Flaschen gefüllt. Damit sie so frisch und rein bleiben, wie sie aus der Tiefe kommen, werden sie täglich von echten Wasserexperten überprüft. Die abgefüllten Flaschen werden auf große Lastwagen geladen und in die Supermärkte gebracht. So kommen sie schließlich zu uns und in eure Gläser. Jetzt können die Tropfen die wertvollen Mineralstoffe, die sie auf ihrer Reise gesammelt haben, an eure Körper weitergeben. Zufrieden tranken die beiden ihr Glas aus und stürmten hinaus in den Garten. Für einen kurzen Moment hatten Jakob und Anna wirklich das Gefühl, ein klein bisschen stärker zu sein. Und dass es immer noch leicht nieselte, störte die beiden nicht mehr. Wenn die Sonne keine Lust dazu scheinen, sagte Jakob, dann spielen wir eben mit den Tropfen. Vielen Dank. Vielen Dank.